sag mal was dann kann ich erst gleich gucken ob das aufnimmt ja ok was tippen hast du gerade gesagt Wollt ihr nicht verarschen? Ey Kotnascha! Ey Kiddy! Der hat mich aufs Gucken gehalten, der hört mich nicht! Ey Kiddy! Hallo! Sag dir mal, du sollst ja nicht muten! Ey du sollst ja nicht muten! Wer will mit dir reden? Ich finde das Passwort immer noch nicht! Ich will mich entschuldigen! Das ist doch egal, das Passwort! Wir haben was wichtiges zu tun! Ey XP! Wie heißt die Webseite? Wie heißt die Webseite? Ey Kiddy! Atze möchte sich entschuldigen! Du sollst ja wieder muten! Er hört den Flachpfeifen mich da nicht oder was? Kannst du mir noch einen Tipp geben für das Passwort? Ey du Stück Scheiße was man so hochstapeln kann! So viele Tipps kann man nicht geben! Ey du Stück Scheiße was man hochstapeln kann! Jaaa! Doch nicht du! Ähm schreib also schreib mal die ähm... Pettzeite auf! Dann kann ich dir bisschen helfen! Ich soll was machen? Du kriegst ein paar Pfeifen in Atmig zu Atmig zu sagen ne? Ey wir sagen das ne? Du fliegst hier raus! Das ist kein Problem! Wir petzen! Ich bin's halt leid den ganzen Text das jetzt mal durchzulesen! Boah das ist der letzte Abschnitt! Das sind 5 Wörter oder so! Ja! Der letzte Abschnitt! Muss man nur ein bisschen durchlesen! Ey XP! Wer Deutsch kann der sieht das sofort! XP! XP! Er hat er mich gemutet? Er hat er mich gemutet? Er hat er mich gemutet! Ich weiß auch nicht! Er entmute den mal! Nur Julius entmute den nicht! Ich weiß! Er hat der Vertrauen! Ich weiß! Er soll ihn entmuten? Atze! Der will sich entschuldigen Mann! Den anderen? Entmute beide! Atze und Flash Shooter! Ja Flash! Flasch! Sag ich will mich entschuldigen! Atze möchte sich entschuldigen! Sag ich auch! Ja aber Flash will... Flasch will sich auch entschuldigen! Nein wir kommen rein! Bin wieder drin! Hallo der will sich entschuldigen! Nein der kommt rein! Er lebt auch nicht mehr auf! Oh Mann geil! Youtube liebt euch alle! Oh ist das geil! Xp Was? Hast du entmutet? Nein! Mach doch mal! Er möchte sich entschuldigen! Der Lecken! Was hast du gerade gesagt? Junius, sag das, sonst bist du sauer auf dich! Sonst bin ich sauer auf dich und kill dich! Auch wenn du PvP aus hast! Oh! Sag, ich hab nen Sheet, der geht da! Ja, ja, genau! Ich kenn die Admins hier! Echt! Können die auch so killen! Was denn? Wir können das Rico sagen? Ich hab's ihm gesagt! Hör auf! Er hat nicht aufgehoben! Er hört aber jetzt auf! Oh mein Gott! Das ist ein ganz lieber! Ich nehm das dennoch auf! Ich nehm das dennoch auf! Er ist in den Fakt! Er ist wohl dreimal hochgeworfen und zweimal im Fakt! Kodex! Komm mal! Der ist... Der ist... Oh mein Gott! Oh wie geil! Ich glaub das... Aber der... Glaub mit dir kann er dann mal reden! Ja! Frag mal worum der... Mein Minecraft schmiert die ganze Zeit aber egal! Ey frag mal worum der... Ja mein Gott! Warum wir uns hier entschuldigen sollen! Hallo! Wir wollen uns gern entschuldigen! Die wollen sich wirklich entschuldigen! Ja! Hallo! Xp! Redest du überhaupt? Nein! Was bist du denn so eingeschnappt? Ja! Wir wollen nicht! Ich darf dich bloß nicht bleiben! Ich bin jetzt höchst davon überzeugt, dass sie mich nennen! Dass wir dich als kleiner Königin leiten! Ja! Dieses P der Zeitung wird noch nicht gewachsen! Der ist eindeutig die Situation nicht gewachsen! Wirklich! Was ist los Flash? Ey was geht ab? Ja! Ey sag mal... Denn Flash wurde gemütet von mir! Ey sag mal... Ey Kodex sag mal... Ich will mich entschuldigen bei dem! Na... Frag deine Schnauze, du Xp! Der ist gleich auf deine Brust! Ey sag mal... Ich will mich bei Xp entschuldigen! Er will dich bei Xp entschuldigen! Ey! Xp! Xp! Willst du mal Camp Shot haben? Xp! Hallo! Ja hallo! Wie heißt denn mal... Hast du jetzt alle gemütet außer mich? Nein! Axe ist noch da! Yoshi ist noch da! Mega! Du bist der Andere! Dieser Kurt nachschau'n der gerade... Was? Der Kurt nachschau'n? Ich kannte nur den Kurt! Wenn du keine Ruhe holst! Und ich fecke deine Inländer Mutter! Du kleiner Wichser! Nein! Ich sehe das nicht! Ey Kodex, du weißt nicht! Ich nehm das auch, ne? Bist du... Bist du Axe? Ja, scheißegal! Bist du Axe? Nicht so aggressiv werden! Nicht so aggressiv werden! Ich gucke damit, dass der mich muted! Ich habe bestimmt nur einen schrumpeligen Penis wie eine Rosine! Ah, ich geh auch weiter! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich fresse Besen, ey! Oh, geh doch einfach aus dem Raum raus! Dann hast du keine Probleme mehr! Oh mein Gott! Soll ich... Soll ich... Soll ich... Soll ich mal diesen Flash schrumpeligen? Ja, mach den! Mach den! Okay, komm! Ja! Xp? Sag, von mir das nen kleinen schrumpeligen Penis wie ne Rosine! Xp? Ja? Wir wollten uns wirklich entschuldigen bei dir! Das ist jetzt so sehr... Ja, von mir tut's leid! Sag, von mir tut's leid, Flash! Ja... Nein, von mir tut das nicht leid! Wir wollten uns alles nicht! Nein! Ich wollt's auch nicht! Ey, mir tut das nicht leid, aber... Das war halt! Ach, 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 ach! Ach, ach, ach! Ach, ach! Okay, ich hab's ja nicht! Wenn mich noch einmal beleidest als kleiner Kitty oder so... Dann müssen wir den... Xp! Äh, das ist Kitty! Kitty! Ey! Hey, ist doch noch so Kitty! Ey, Xp! Ey! Ey! Ey, Xp! Ey, Xp! Xp! Ja! Ja, was? Ja! Könnt ihr mich alle hören? Ja, kann mir! Ja! Xp! Was... Was ist 1,30m und kann man hoch stapeln? Ein Schwank! Fittis! Scheiße, wie du! Äh! Scheiße, wie deine Mutter! Nein! Deine Mutter ist ne Hure! Ne fette, dicke Hure! Ey, du verlierst mein Leben! Ja, wie deine Mutter! Peter ist groß geworden! Hä? Deine Mutter! Peter ist groß geworden! Peter ist groß geworden! Ey, Kodex! Der meint nicht mich damit, werd mal ruhig! Siehs mich! Oh, ist das geil! Mein Kodex heißt du Peter?! Nein, mein Name ist Günther! Hä? Hallo Günther! Raashi! Raashi! Ja, was aber... Jaaa.... Ich heutz nicht Peter, aber Günther! Raashi, ey, soll ich es zu dir gefallen? Wollen wir den Schwert geben? Mit dem Kopf? Ey, guck mal, die wollen sich mit dem Schwert fisten! Rashi! Äh, was, die wollen sich doch mal dochmen! Docken. Ich hab'n hohe Challenge vor, also kannst du dir noch mal's geben, wer netz. Ja, ich hab' dir ein, ähm... Die gehen an die Smotherbox. Ey, kann er da zu den Kittys... Kann er da zu den Kittys... Kann mal kurz mit den Kittys reden, so? Yoshi, nimm erst mal an. Hier ist unsere Rüstung hier. Ach ne, Yoshi, nimm nicht an. Hier ist unsere Rüstung, sind weg, ne? Ja, Yoshi, komm mit, Yoshi, komm mit. Ey, was sollen wir denn mit dem Kittys reden? Ey, 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 ey. Hey, ey, ey, sag mal, sag mal, sag mich entmuten, ich will mich entschuldigen, kommt dieessen, ja? Ach nee, ey. Ach nee, ach, 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 ach! Wer ist das denn, warte, mach... Ach nee, ach, ach, ach... Hey, Kodex, bist du auch gemutet worden oder was? Ähm, bin ich schon... Boah, Kodex wurde ganz vor Anfang gemutet. Nö, na klar, mega-Junkie, mega-Junkie... Ja, ja... Jetzt mal, sag mal, ich will mich entschuldigen... Der Kodex möchte sich entschuldigen. Na, guck mal, wer hat mich verkriegt? Kodex? Hey, hey, tut mir leid, ich bin jetzt ein bisschen rumgefunden. Meine Freundin hat mich Schluss gemacht und ich bin ein bisschen sauer. Oh, deine Freundin hat Schluss gemacht, es tut mir aber leid. Nein, sie hat nicht Schluss gemacht, es gab keine Medien, sie lachte ich auch in der ersten Zeit. Oh, Kodex? Hast du den Kodex? Ich wollte mich entschuldigen. Hast du dich Kodex genannt, weil du von deiner Freundin immer die Coten hast? Kodex, also Kodex heißt nicht auf Code. Mein Schuss? Kodex? Also ich heiß vielleicht auch dein Gesicht, ne? Also du brauchst ja... Wieso lässt mich nicht ausgehen, du kleines Kind? Du hast keinen Respekt für ältere Freundin und Größe und brauchst wieder eine Respektschelle. Hey, okay, die soll ich dich mal wieder beleidigen, du mit deinen neuen Kumpeligen-Penis-Musinen, Alter. Ja, ich kenne dich für die, okay? Aber du bist so... Ja, du bist so... Du bist so... Nein, nein... Mario-Nahe, halt! Ey, nein... Mein Job! Ich hab' dir Sachen gegeben, du bist so ein Kind. Oh, Alter! Entschuldige, aber du, 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 du... Setsch dir da drauf an, du, Kidi! Ey, du, keine Taschen-Muschi! Halt mal deine Fresse! Die, du, 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 du... Seid ihr gerade bei Minecraft drinne? Ja, ich flieg ganz weit raus! Lässt ihr den Chat? Soll ich dich imputen? Ja, warte, ja, 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 ja! Warte, nicht lange, ich hab' PvP aus! Komm, wir suchen! Komm, wir suchen nach Danton! Oh, ey! Kodex zu liebsten, ne? Na klar! Du willst ein riesen... Ja, ne... Ich liebe sein junges Arschloch! Blutig! Also Arschloch kann man erkennen, wie alt er ist! Ey, der ist gar nicht mehr auf den Körper! Jetzt kann ich auf den Kopf! Oh mein Geil! Ey, guck mal! Ey, guck mal! Ey, ist eigentlich nicht Kinderpornos an... Sind Kinderpornos nicht erlaubt? Ja, 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 ja! Äh, ob denn Tierpornos sind nicht an... Was sind die denn? Was macht ihr die? Ein Holz! Ja, zwei Holz! Lass doch einfach... Ein Holz! Zwei Holz! Oh mein Gott! Ein Holz! Zwei Holz! Ein Baum! Zwei Baum! Also TeamSpeak! Hol dir mal TeamSpeak, bitte! Hörst du mir diese kleinen Kinnies an, okay? Ey, komm her, komm her, komm her! Warte, wo bist du denn? Ich hab die Kinnerei! Okay, ich schenk dir den Daumen und lenk du und tell dir das, okay? Was, deine Freundin kommt jetzt auch noch, oder wat? Ja, ja, ja! Kannst du bitte einen kleinen Kinnerei verleidigen? Ey, soll ich... Warte mal, ich mach jetzt Aufnahmeshop! Warte mal! Warte, ich mach jetzt Aufnahmeshop, dann sind wir uns ja wieder! Warte, ich mach jetzt auf stron wenn man...